Ich habe den Ton ausgemacht, aber ich zocke jetzt selbst. Maximus, danke dir fürs Reinschauen, viel Spaß, viel Erfolg. Man sieht sich. Wollen wir hier hochfällen? Jetzt, wie irgendwas hier kommt, oder müssen wir noch eins weiter? Gebirgsjäger, meiner. Ja, ich glaube, dass... Ist einer in die Miene gelaufen. Aber richtig, der ist auf jeden Fall gleich tot. Der Granat ist besser gewesen, okay. Oh! Wir sind gar nicht gut gelaufen, Alter. Ich habe mich ferllaufen. Könnte man sonst nicht immer hier hoch und dann auf den Weg? John, weißt du das? Ich weiß das nicht. Ich gucke gerade, wo man hier die Brücke kutzt, oder? Ja, das ist auch eine gute Idee. Wie weit wäre das? 250, ja. Die Rogues sind am Aufgehen. Ich mach mal kurz. Aber ich habe ja meine Marker eingepackt. Jetzt habe ich den Reinschweiner nicht drin. Scheiße. Was? Marker und Reinschweiner? Ich habe den Reinschweiner rausgetan. Für die Marker. Ach so. Ach so. Ich habe den noch nie benutzt. Reinschweiner irgendwie. Wenn ich bestimmte Positionen habe, wo ich weiß, okay. Von daher bin ich öfters mal am Stehen. Da war jetzt die Position auf jeden Fall auswendig. Ja, könnte man sich einstecken irgendwie. Ich habe jetzt auch einen Slot frei. Okay, ich weiß nicht, wo lange wir müssen. Du bist der... Ich komme wieder zurück. Ich habe... Wir gehen hier einfach mal. Schade. Ich dachte, wir können hier hoch irgendwie und abkürzen. Theoretisch war das doch auch irgendwie der Fall. Ach ja, doch. Ja. Ich hätte bloß ein paar Meter weiterlaufen müssen. So, jetzt haben wir hier vorne noch einen Sporn. Da gibt es... Da braucht es... Weibgehr ins Telefon. Hier musst du springen. Da ist so ein Spalt. Man, jetzt sind wir wieder da oben an diesem Drecks kaputt. Trotz oben. Habe ich irgendwas gehört? Wo bist du, John? Ich bin direkt hier links von dir. Wie wollen wir laufen? Wir könnten auch runter zum Wasser. Aber das ist ja am liebsten. Ich glaube, runter am Wasser ist es mir am liebsten. Wir können ja schön mit unseren Scopes auf die Berge gucken, dass da keine Sniper rumliegen. Das ist ja am liebsten. Das ist ein Sniper. Ja, rechts. Ja. Ja, okay. Ich bin traurig. Nein! Er hat mich voll weggehalten. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ja. 200%. Zurück rennen ist auch nicht cool. Ich muss gucken, dass du irgendwie rauskommst. hier nicht mal die Straße. Ja, aber links irgendwo weiter um auf so einem Berg war. Ich dachte. Bei den Schuss noch fliegen sehen. Dass er mich jetzt hier vielleicht umrundet. weil er weiß ja, wo ich sitze. Wer da ins Gebüsch reinkriecht, sehe ich ihn nicht. Ob ich mir einen Stim presse und durchfände einen Penkel reinzwirble. Was sagst du? Soll ich es riskieren? Ja, guck wie du es am besten machst. Ich glaube der ist halt Ekelhaft am Cheaten. Hat er dir einen Headshot gedrückt? Ja. Wanted. Scheiße. Bei mir war es gerade weil ich gesprungen bin. Da hat er. Wahrscheinlich. Nicht mit gerechnet oder nein. Der Schuss war raus wahrscheinlich schon. Ich habe den gesprungen. Keine Ahnung. Ja. Er sieht doch, wenn ich move andere. Ja. Versuch einfach durchzuspringen. Weil es bleibt ja eh nichts. Also so abzuhauen, dass er dich nicht sieht. Versuch immer in seinem toten Winkel zu bleiben. Ich hau mal meine Waffe hier hin. Ich hau mal meine Waffe hier hin. Ich hoffe da findet sie nicht. Was hast du für einen Scope drauf gehabt? Ein Voodoo Scope? Ja. Pack dir doch das CMS in die Tasche und pack dir das Scope nach unten. Also das Voodoo Scope. Meinst du da findet die Waffe? Ich habe, ich sehe sie selber kaum hier. Weiß ich nicht. Die werden denen ja auch angezeigt, wenn er wirklich shootet. Achso. So. Oder ne, war das so? So. Ja, das mittlere. Ja, genau das. Und den Schalli? Den Schalli und Schalli sind einfach irgendwo einzeln woanders hin. Er schießt. Er schießt. Er schießt. hat. Boah. Warte, ich sag's dir. ZZ. Z-Trips oder so. Okay. Ich auch? Ja. Ey, das verstehe ich nicht. Wollen wir ihn einfach mal anscheißen, so einfach mal auf blauen Dunst. Komm hier, hau ein Report raus. Ja, hab ich auch gemacht. Okay. Mache ich auch selten, aber das ist doch alles komisch heute wieder. Schon der eine Typ, ey, Lighthouse ist irgendwie kacke jetzt. Gehen wir anders hin. Gehen wir Schorlein. Ja. Schorlein war letztens auch kacke. Ja, Schorlein ist meistens kacke. Alles kacke, Mann. Ja, so in etwa. Ja.